Hallo meine Freunde Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Counter-Strike Global Offensive Ich spiele heute Inferno Ich habe noch mein wunderschönes Messer Ja auf jeden Fall Ich werde in dieser Folge Alter Alter Halt die Fresse Hey hier muss man echt Jeden Jun Halt die Schnauze man Gut auf jeden Fall Ich werde in dieser Folge Nur mit Sniper spielen Also mit der SFG und mit der AWP Ich war früher richtig gut mit Snipern Und das versuche ich mir wieder aufzubauen langsam Keiner sah Ja gut Auf jeden Fall erzähl Oh shit Alter mein Aim ist so Scheiße So konnten schlecht Halt die Oh man Ich kann echt gar nichts mehr Ein Schuss noch Ein Schuss noch Ah Mann Zu fix Ja Ja er ist ohne Ne Das heißt ich muss direkt mal mit S Mit SSG spielen Hier Pistolen Nehmen wir sie mal Wenn Frau an kommt Ich bin ich trotzdem nur mit Snipern Das war wieder Geldverschwendung Oh Shit Oh shit Oh shit Ja Ich bin ich froh Ich bin ich froh Da muss ich nicht mehr arbeiten Hat der Pistole mit Scott geklaut Wo ist der Leiter nicht Glückwunsch Schatten 10 15 darf man das dann spielen 4 die sie geben ein Kölner nicht und ich bin gemacht und weiter geht's wieder direkt zu b k irgendwann treffe ich was verpiss nicht mann ich verzieh mich zu oh shit oh shit oh shit mann die Autosniper zählt ja auch die werde ich mich später holen wie viel Geld hab ich 2000 oh eine Runde geht an uns wahrscheinlich ja das ist unsere Runde ja 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 wenn er mit dem Weg dann hab ich nicht drunter nix danach ich pack meine Reflexe aus ich komme er gleich wieder zum Beispiel und daher wollte ich auf euch und sei dass sich um position Prozent es gibt gar nicht Kumpel und er wird so verkacken um oder höchstlich und höchstlich und die 44 in 1 und das ist schlecht Oh du wirst drauf gehen Dein Autosniper Ich weiß nicht, ich muss da definitiv nochmal üben Ansonsten verkacke ich extrem Nein! 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 Easy! Move! Waaah! 9 Party! Weeeee! Ah! Ich bin so scheiße, Mann! Good one! Grenade! Throwing fire! Schrauben Schrauben Wolken Schrauben Schrauben Jahrheden Schrauben Schrauben und dann direkt in der zweiten Runde mit der Sniper abgehen möchte ich hab wo hab ich den zweiten Runde ach ja da war ja was stimmt ja so und diesmal nicht ihr Spruch dann du bist dann you gonna die die kommen immer nach vorne die die hat gesessen Ist das schon ja nicht gut? Nice! Da liegt mein Scout! Ich soll wieder Granaten kaufen! Ich finde das gar nicht schön! Scheiße! Mann, ich verkackt gerade alles! Stirb! Ich krieg gleich so einen aufs Maul! Fick dich! Scheiße Einschloch! Ja, ich habe eigentlich keinen mit der OSP gemacht, ich weiß! War ziemlich ärgerlich! Oh oh! Da wird einer von hinten erschossen! Und schon wieder! Mann, Mann, Mann! Ja! Also ich helfe ganz gut mit mit 4-8! Ne! Ne! Diesmal gehe ich nicht ran! Das ist doch eine gute Sniper-Pose! Ne, da sehe ich nichts! Alle laufen! Nein! Nein! Ich habe jetzt noch mal einen in 1-2 bekommen! 2-4-1! Ich habe mein Zelt dazu beigetragen! Wir wissen gar nicht, wo die Eckstatt geht! Hä? Wohl auf Internet! Jetzt glaube ich mal da lang! Und jetzt schau ich um die Ecke! Ne, da ist keiner! Ich glaube ich weiß wo der Gegner ist! Geht doch! Und der hat keine Ahnung! Oh Mann! Hey, zählt die AUK! Die AUG eigentlich auch dazu! Ich meine, das ist Snipern! Trl... Trloks! Mann, oh Mann! Wee! Wo bleiben sie? Wer will sie in Header fangen? Alter! Immer diese Teamflächer! Immer dasselbe! Selbe! Kanaden! Kan... Oh, Idee! Kanado! Kanado! Immer Bando! Na klar! Ne! Ah! Na! Mein Spaß! Hab dich gesehen! Ah! 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 Fuck man! Ah! 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 Darf ich jetzt mal plan! Ah! originale! Am Jagdt 음ann hab ich jetzt spielt outs! auch die zelt auch ja die zelt auch also ich spiele ich entscheide wenn ich will kann die auch mehr empfehlen das ist auch ein Sniper aber der Spaß da ist gar kein AHA wir werden verlieren der hat sich in Hedda gefangen mann vielleicht neben ihn dann zum Tritt wie ein dummer Mixer ich hätte das verlieren jetzt sogar noch klickern klickern so Sniper L ich habe leichter Anfänger ich habe die Tabletten nicht genommen das ist nicht witzig meiner ja ich habe mit dem ja mit ja mein 319 1 das ist so ein Witz 390 in 1 was er denn hätte Headshot sein müssen wer weiß wie viel Geld der schon für die Spiele auskommt wahrscheinlich einiges hoppla da war ein Auto ein Kato Überbande hoppla der war scheiße da da ich kann gar nichts mehr früher ist so immer immer getroffen ob Headshot oder nicht das ist relativ die Kopenholt das Lassow treu ich mich wieder oh wie lange ich gebraucht habe zum realisieren nein 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 ah ah Guck mal Pisser Harakiri hier ja ich sehe dich das war meiner ich will nicht wo ist sie da ist sie ach ja 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 langsame Leistung neun zwölf ok positiv werde ich wahrscheinlich nicht mehr schock mich doch nicht so ist mit jemand dass die sind oder w das 53 nach ich 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 bin voll konzentriert und dann sterbe ich. Ich bin voll konzentriert. Ich bin voll konzentriert. nicht schlecht Hülle nicht zu schauen die kann ich mir heute sind wenn man darauf geschossen dort ja das war so klar der andere Lecker einfach mal durch wenn ich dann nicht zu viel machen geht drauf komm schon lass mich hier raus Perfekte Camper Ecke ich hörte irgendwen wir sind drinnen deswegen konnte der einfach hier ich warte auf euch dumm schworteln kommt nur her komm gut sie können Papa wartet ich weiß ihr seid da oben ich weiß er wartet aber nicht mit mir fick dich doch ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht PAM alter da kommt doch von hinten fuck daran hab ich gar nicht mehr gedacht egal gewonnen gg vielen dank dass ihr eingeschaltet habt meine Freunde schaltet auch das nick immer wieder ein wenn das heißt ja ihr wisst schon ciao Leute sch 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 sch